Spinatgurken, die hier nicht parken können, ne? Mein Gott, Alter, verpiss dich jetzt mit der Mami oder ich schieße deine Mami in die Luft, Mann. Batman, jetzt schon wieder WhatsApp geschrieben. Ich weiß nicht, aber ich kann dich gerne anschreiben. Moment, das haben wir gleich. Moment. Das haben wir gleich. Warte. Warte, wo bist du? Da bist du. Ne, das warst du nicht, sorry. Wo bist du denn? Ja, ich habe jetzt zwei Minuten, der hier warst du. So, bitteschön. Mein Gott, es packt ihr jetzt ein Fickhamingbird aus, Alter, verpiss euch. Könnt alle nicht ausparken, Mann. Aktualisieren, CH Mohawk. Hey, Eisen. Steht ein Mohawk. Könnt ihr. Verpiss dich mit deinem Hummingbird, Mann. Danke. CH Mohawk. Ausparken. So. Ja, geil. Geil. Jetzt ist explodiert. Der Hamming ist explodiert. Mein Mohawk hat überlebt. Jetzt ist der Mohawk explodiert. Äh, der Ham. Ich hab meinen Mohawk ausgepackt und er ist... Ich bin hier, den Mohawk wieder einzupacken und er ist explodiert gleich mit. Da saß einer mit SWF drin. Nein. War nicht meine Schuld. Mit wie besprichst du gerade? Mit AFF. Wer sind da eigentlich gerade raufgegangen dabei? Ich hab keine Ahnung. SWF. SWF? SWF. War nicht meine Schuld. Ich hoffe mal, dass wir hier haben Video. Ja, ich hab Video zu Not, ja. Ja. Äh, wieso kann man die Gänge hochrufen? Äh, kann man die Gänge hochrufen? Man hat wieder Clown. Ja, dann ist jetzt das Support. Ja. Gut, dann bin ich ja mal kurz Support. Ich kann eh nichts dafür. Ich nehm das Support-Gespräch auf. Sieh auf mich nicht. Was ist denn jetzt? Durch den Spawn-Schutz. Ja, Rocky, was... So, was gibt's? Servus. Äh, ich bin gestohlen durch den Mohawk, oder? Jo. Kann das sein? Jo, ich hab meinen Mohawk ausgepackt. Ich weiß ja nicht, was du gemacht hast, aber von meiner Video her bist du einfach nach hinten reingeflogen. Nein, ich wollte gerade wegfliegen. Gerade in dem Moment, sonst brauchst du deinen Mohawk. Dann, keine Ahnung, bin ich irgendwie... Ja, explodiert. Also ich hab so gesehen... Ich bin... Ich hab... Also ich hab so gesehen Video, warum, da kann ich das gerne hochladen, da sieht man also von mir aus gesehen definitiv, dass du, äh, mit dem Heckrotor bei mir in den Mohawk reingeknallt bist, so gesehen, äh, rückwärts geflogen bist. Ich hab auch davor geguckt, ob du weg bist und du warst letztendlich so gesehen weg. Mir ist das relativ egal, wie gesagt, ich hab Video, dass man von meiner Seite aussieht, dass, äh, da der Mohawk von meiner Seite keine Schuld trifft. Also du kannst gerne Support gehen, wie gesagt, weil... Ich denk mal, wenn jemand ersetzt, dann der Support. Das ist... Das ist jetzt meine Seite. Ganz einfach, weil ich nichts dafür dafür kann. Dann guck doch zweimal drauf. Wie gesagt, kannst Support gehen. Es ist... Es ist einfach so. Ich lade dir gerne das Video hoch. Wann geht das? Das sind bis jetzt gerade drei Minuten, da ich eh noch weiterhin aufnehme, also nicht lang. Maximal fünf Minuten. Mühe haben dann.